Die Arbeiten an der Sonnenbahn B5 gehen langsam aber sicher dem Ende entgegen. Anfang Oktober wurde mit den abschließenden Einstellungsarbeiten an der Elektronik und mit der Montage der 36 im neuen schwarz-roten Design der Silvretta Seilpanarie gestalteten Sessel begonnen. Beim Sessel zusammenbauen muss man aufpassen, dass die schwarze Legierung, dass man die nicht beschädigt. Sonst schaut es ja nicht gut aus, also man kann Kratzer reinbringen und sorgt für die Zusammenbauung mit dem Drehmomentanzücher. Der Sessel kommt in zwei, drei Teile, einmal Klemme, Gehängestangen und der Sessel selber mit dem Babbel. Und wir müssen die drei Komponenten zusammenfügen. Die Sessel zeichnen sich aber nicht nur durch ihre Optik aus. Sie bieten mit Wetterschutzhauben, gepolsterten Sitzen und Nackenstützen auch jeden Komfort. Zudem kommt bei den Sesseln der Sonnenbahn B5 eine technische Weltneuheit zum Einsatz. Ein automatisches Schließbügelverfahren sorgt dafür, dass ein Herausrutschen unter dem Bügel nicht mehr möglich ist. Somit reicht ein Erwachsener als Begleitperson für bis zu fünf Kinder aus. Die Sessel sind in zwei Jahren zu vertreiben. Untertitelung des ZDF, 2020